So, neuer Tag, neuer Shop. Aber vorher, bevor wir in den Shop reingehen, muss ich erstmal kurz Danke raushauen an FuseHitro YouTube. Erstmal danke, dass du gestern Mitglied geworden bist. Man kann eigentlich auch sagen, FamilyHack-Mitglied. Gut, dann des Weiteren Danke an Leon Nowak. Danke für deine 22 Euro. Also, Gruß geht auf jeden Fall mal raus. Sehr heftiger Support. Ihr seht es hier oben rechts bei Last Donation. Also, auf jeden Fall. Danke dafür. So viel muss es nämlich dann auch nicht sein. Ich denke dann immer, oh Gott, was ist, wenn der nicht so viel Geld hat. So, jetzt gehen wir aber rein in den Shop und wir sehen schon wieder was Legendäres. Und zwar die Walküre ist wieder zurück mit dem passenden Rückenschwingen. Die sind natürlich sowieso, ich sage Rücken und Accessoires sind einfach das Nonplusultra. Gerade hier, wo wir jetzt die neuen Skins haben, diese Eiszeit-Dinger da, die eingefrorenen Skins, da passt der natürlich gefühlt auf Big Jedem drauf. Sei es bei dem Elf, sei es bei dem Fisch. Einfach nice. Also der Skin gefällt mir wirklich sowieso. Der hat mir schon früher gut gefallen und gefällt mir auch immer noch. So, des Weiteren haben wir natürlich die Frostschwinge. Ein riesen Kleider. Also wenn ihr den habt, ihr fallet definitiv auf. Definitiv. So, dann haben wir das Weitere drin. Lays ist dabei. Mit der neuen Variante jetzt. Nämlich genau dem Skin. Genau. So, da. Das haben wir. Das kam ja neu hinzu. Alle, die den Skin schon vorher hatten, hatten das ja schon. Aber jetzt könnt ihr euch den Skin auch wieder kaufen. Und die Variante ist dann jetzt auch dabei. So, des Weiteren natürlich Rücken-Aus. Das war, passt allerdings dann nur zu der einen Variante. Weil, wenn man sich jetzt überlegt, warte, hier ein schwarzer Teddy. Näm, nee. Also der Teddy passt halt wirklich nur zu ihr. So, des Weiteren ist natürlich dabei. Die schöne Spitzhacke mit dem Auge. Weil wir machen ja kein Auge. Dann noch, ja, der Kleider. Ich weiß nicht, den Kleider. Feier ich wirklich überhaupt nicht. Er ist seltsam. Einfach seltsam. So, und dann haben wir Manila wieder dabei. Erstmal danke, der mir den geschenkt hat. Gruß geht auf jeden Fall wieder raus. Ihr wisst ja, jedes Geschenk. Ich würde mir echt wünschen, dass da steht, von wem ich das Geschenk bekommen habe. Damit ich mich wirklich persönlich nochmal bei demjenigen bedanken kann. Aber Gruß geht da auf jeden Fall raus. Dann nochmal Kuckuck. Da wissen wir ja schon, da gefällt mir nur die Variante mit normalem Gesicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Da komischerweise mit Maske. Weil das sieht irgendwie ganz seltsam aus. So richtig so, ach nee, ich habe keine Lust. Ich bin gar nicht lustig. Ich bin kein Clown. So, und dann haben wir noch Birdie dabei. Auch ein schöner 800 V-Bug Skin. Gerade, wenn man das so sieht, denkt man sich wieder, ach, bald ist ja Sommer. Dauert nicht mehr lang. So, dann haben wir den Golfschläger noch dabei. Dann Zusammenreißer. Auch da groß raus, an der mir den geschenkt hat. Aber da vermisse ich halt Töne. Klar, da ist am Ende dieser Dzzz. Aber an sich, naja. Nicht der Tollste. Nicht das Tollste im Hut. Dann haben wir Wackeln. Wer kennt es nicht. Dann. Da ist die schöne Musik dabei. Und des Weiteren. Mal wieder rasender Anstorben. Ich vermute echt, der wird so oft gekauft. Deshalb ist der auch so oft drin. Und ihr denkt dran, apropos, wenn ihr euch was kauft, gerne meinen Creator-Code benutzen. Yt-Family-Hack. Gruß geht da schon mal an alle raus, die am Wochenende das halt so zahlreich zugeschlagen haben. Also auf jeden Fall danke auch dafür. Und denkt dran, vergesst nicht ein Like da zu lassen. Wir kennen ja unsere alte Kinderkrankheit. So, hier habe ich wie immer irgendwas vergessen. Genau, paradox. Der Skin, wo man sich fragt, Was ist das für ein Skin? Die Elite-Soldat verpackt mit Laken? Ich weiß es nicht. Ich bin ganz seltsam. Ich habe sie noch nie im Spiel gesehen. Bin ich ganz ehrlich. So, dann haben wir hier aber alles durch. Ja. So, wir gehen natürlich wieder rüber zu Rette die Welt. Wenn ihr euch schon genug gesehen habt vom Shop-Video, wie gesagt, gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen, falls ihr komplett neu seid. Wir gehen jetzt rüber in Rette die Welt. Erstmal alles wieder schön einsammeln. Ich muss schon direkt sagen, Wibachs-Missionen gibt es leider heute keine. Weil wir hatten ja gestern eine. Also, derzeit Wibachs-Missionen. Eieieieiei. Echt furchtbar. Also, ich meine, dass wir nicht dauernd zugeschmissen werden mit Wibachs, ist ja okay. Aber, was habe ich gesagt? In den letzten 30 Tagen waren gerade 40 Wibachs. Ne. In den letzten 30 Tagen waren 310 Wibachs. Das war schon ein bisschen wenig. So, Ladezeiten haben wir dann auch mal rum. Aha. Wieder zwei Lammis. Schmeckt. So, was sagt der Item Shop? Der Item Shop sagt... Siebener Lama. Oha. Da kriegst du aber Tickets raus. Ein Upgrade Lama. Ja, ganz normal. Ich sag ja, sonst haben wir hier eigentlich nix besonderes. Ne. Hier kann ich auch nur gerade die zwei Lama neu öffnen. Vielleicht lässt sich ja eins upgraden. Uuuuh. Gucken, ob wir drin haben. Gucken, ob wir irgendwas gebrauchen können. Dun 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 dun. Tickets. Ach ja. Das hat sich auf jeden Fall jetzt schon gehört. Überleben, das ist nie verkehrt. Und noch was über? Natürlich nicht. Aber jetzt müssen wir eigentlich genug Tickets haben, um uns noch einen zu kaufen. Ja. So, hier bitte auch Überlebende. Ja, natürlich ein Grauen. XP ist auch nicht schlecht. Ja, Helden. Man kennt es ja. Und wie oft noch. Gefühlt 800 Mal schon. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder von dem Shop-Video. Denkt dran, euch viel Spaß heute noch. Und wie immer, gebt nicht zu viel Geld aus. Bleibt schön brav in der Schule. Arbeitet schön fleißig. Und in dem Sinne, haut rein. Ich nehme noch kein Wege vonverläuten in der Paulinha. Und es ist ganz, Actually Có immer gut.